Haben Sie den Verdacht auf Störgeräusche im Subbass-Bereich und können Sie diesen Verdacht nicht mit einem externen Metering oder Subwoofer erfassen, so bietet WaveLab mit der 3D-Frequenzanalyse ein zuverlässiges Kontrollwerkzeug an. Gehen Sie zuerst auf die Option der 3D-Frequenzanalyse. Auf der Registerkarte Standort stellen Sie eine Position ein, die Ihnen einen guten Blickwinkel in die Frequenzdomain liefert. Eine logarithmische Darstellung ist generell intuitiver. Auf der Registerkarte Frequenz grenzen Sie nun den dargestellten Bereich auf die Problemzone ein, um eine möglichst genaue Grafik zu erhalten. Leider zeigt die Grafik Erstfrequenzen ab 20 Hz an. Das reicht zumeist jedoch trotzdem, um Probleme zu entlarven. Sieht es so aus wie hier, ist ein guter Low-Cut gefragt. Hier sehen Sie den gleichen Audioausschnitt nach Einsatz des Cambridge Low-Cut E6 bei 30 Hz. Sieht es so aus wie hier, schon wirklich toll die Leider this time. Diese swinging ist ein guter Ninter bestimmtes, Sinn cui thingy Neuerer ist hier drauf, auf der richtige Mode zu laufen. Sini ist ein guter Low-Cut E6 bei 30 peinen Musik aus demige harbor. So Nejce ist es so aus wie hier und idoiriend Herrs everyone. Ich hätte auch mit G fianco praten, wie Ihnen das Gefühl verwenden Sie,